Werte Kunden, heute präsentieren wir Ihnen den neuen Weidemann 2080 LP Teleradlader. Es handelt sich um einen wendigen Teleskoplader mit besten Hubkraft- und Standsicherheitswerten, gepaart mit einer unübertroffenen Übersicht. Modernste Motorentechnologie von Deutz erfüllt nun die Abgasstufe 5. Die geräumige, in Österreich produzierte Lutsteinkabine bietet Komfort und Funktionalität und ist auch optional mit einer Klimaanlage oder einem beidseitigen Ausstieg in verschiedenen Bauhöhen verfügbar. Ein massiv konstruierter Teleskoparm in Kombination mit einer feinfühligen Hydraulik schaffen Reichweite und die Höhe, die sicher und einfach zu bedienen ist. Gerne könnt ihr mit uns einen Termin vereinbaren und die Maschine in unserem Demo-Gelände Probefahren. Hier ist Eidlpanel.